So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Der Mod, der alles verändert und ziemlich crazy und cool ist. Ich bin gespannt, was der Mod jetzt noch für uns bereithält. Wir verlieren hier unsere ganze Ausrüstung, genauso wie im Originalspiel. Ich befürchte nur, das, was uns das Spiel jetzt entgegenwirft, könnte sehr viel krasser und bescheuerter sein. Wie alles, was wir ansonsten so erleben. Gucken wir mal, was das Spiel jetzt für uns bereithält. Oh, ich hab ein bisschen Angst, aber ich freu mich auch. Ich find den Mod bisher schon sehr cool. Sehr cool. Also, das ist einer von diesen Mods, die ich nur Leuten empfehle, die das Original kennen und auch am besten gut kennen. Aber. Dann ist der schon sehr nice, ne? Ich packe euch den Link, wenn ich dran denke, natürlich in die Beschreibung. Falls ich's irgendwo mal vergesse, in der ersten Folge ist der Link ziemlich sicher drin. Und, da ist auch ein Link für Holy. Bestellt Holy-Produkte. Lecker Schmecker. Sehr empfehlenswert. Ich find's wirklich lecker. Und mit dem Code LSBR, also V-Land Squid Bird Rider, spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Und mit dem Code LSBR10, 10% auf alle weiteren Bestellungen. Denn, tut es. Tut euch den Gefallen. Holt euch wirklich so ein Probepaket, ne? Je nachdem, an was ihr Interesse habt. Entweder ein Premium-Probepaket, wo wirklich alles drin ist. Oder ein Probepaket mit, äh, für extra, für Energy, für Ice-Tee. Oder. Für. Hä? Bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Ah, ich hab die Steuerung vergessen. Alles gut. So. Mein Fehler. Shit. Das war jetzt sehr dumm von mir. Naja, kann ja mal passieren. Naja, genau. Oder Hydration. Holy. Wär wirklich sehr cool. Wenn ihr da Interesse habt, benutzt den Code. Und gönnt euch. Okay. Bis jetzt ist tatsächlich alles wie im, 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 im fertigen Spiel. Im Hauptspiel. Da haben sie gar nicht wirklich so viel geändert. Aber ich bin gespannt, was jetzt dann auf uns wartet. Oh Gott, der Canyon, Leute. Boah. Okay, aber ich bin, ich bin gespannt. Ich hab Bock drauf. Jetzt schauen wir mal. Auf die Plätze. Fertig. Go. Ist das wirklich deine Höchstgeschwindigkeit, Leon? Kommt mir so langsam vor. Heia. Sehr gut. Dann haben wir unser Equipment wieder. Danke dafür. Und außerdem noch sehr viel anderen Zeugs. Müssen wir jetzt mal ein bisschen rumkombinieren, dass wir da Platz schaffen. Oh, ich will die Messer schon gern alle mitnehmen, muss ich sagen. Hier könnten wir noch einen kleinen Schlüssel brauchen, den wir nicht haben. Ha, wo könnten wir denn aufräumen? Ah, ich könnte die Schrotflinte nachladen. Das würde aber auch nicht helfen. Trotzdem eine sehr gute Idee. Ich könnte tatsächlich eine Heilung nehmen, ne? Wollen wir den Käfer essen oder verkaufen? Nicht zum Verzehr geeignet. Okay. Dann nehme ich ein Heilkraut. So, tausche Messer gegen Heilkraut. Durch das Messer werden wir sehr viel Schaden uns ersparen können. Warte mal. Ach so, das ist das da. Echt? Keine Falle mehr? Ich darf einfach zum Händler? Wow. Okay, hier ändert der Mod tatsächlich erstmal nicht wirklich was, ne? Okay. So, wir durften ja in dem Mod schon den Händler, den New Game Plus Händler einmal treffen, ne? Aber der hat uns noch nicht so viel gebracht. Moment mal, war das gerade eine neue? War das gerade eine neue Notiz oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon fast, oder? Ha. Aha, erste Hilfespray, die ist das Ananas größerer Koffer. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das Messer reparieren wir definitiv auch. Leider können wir uns sonst jetzt erstmal nichts lassen. Wir können die Kette verkaufen, den Ring verkaufen. Das kann weg. Riesenkäfer kommt weg. Weinkanne könnten wir auch schon verkaufen. Da setze ich aber erst die Steine ein. Ja, Wollinger. Ja, ich gehe schnell die Ratten töten. So. Come on, Leon. Ah. Danke. Wo war die dritte gleich nochmal? Ah, hier. Entschuldigung, Ratten. Das waren bestimmt böse Plaggerratten, Leute. Keine Sorge. Das sind die wahren Strippen-Zer hier. Lord Saddler ist nur eine Marionette für die Ratten. Aber das ist ein ganzes Ratten-Kollektiv. Deswegen müssen wir so viele im Verlauf des Spiels töten, damit wir deren kollektiven Verstand töten können. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot fremden. Ratten-Borg. Das System hier beim Händler ist komplett anders, oder? Guckt euch das mal an. Könntet ihr das Leben retten? Ich kann hier ziemlich viel Schießpulver und so Crafting-Materialien kaufen, aber basically keine Waffen oder Rezepte. Bis jetzt zumindest. Aber ich denke, so Waffen und Rezepte versteckt das Spiel tatsächlich hinter schweren Gegnern. Hinter harten Gegnern. So, ich glaube, ich will die Schrotflinte hier upgraden. Ich bin eigentlich ein Striker-Fan, aber ich glaube, heute fahren wir mal mit der W-870. Ich glaube... Wobei die TMP ist schon auch sehr nice, wenn man die hochlevelt. Die ist am Anfang so ein bisschen, weiß ich nicht, aber wenn man die hochlevelt. Und theoretisch wäre die krasseste Waffe eigentlich immer ein Scharfschützengewehr. Aber ich glaube, wir gehen heute mal mit der Flinte. Ah ja, genau. Die Weinkanne wollte ich ja noch, ne? Die Weinkanne wollte ich ja noch zusammensetzen. Das ist jetzt nicht die teuerste, ne? Die wir machen können, aber ich verkaufe sie, glaube ich, in dem Zustand mal. Soll ich sparen? Ich glaube, ich spare... Ja, leveln wir die TMP noch hoch. Wir könnten uns natürlich auch die Punisher holen, aber ich bin gar nicht so der Fan von der Punisher. Dass die durchgegner durchschießt, ist schon ganz gut, aber... Ne, ich bin nicht der größte Punisher-Fan, muss ich sagen. Ich glaube, wir sparen die. Anytime. So, jetzt können wir das hier auch mitnehmen. Und erst mal speichern. Okay, let's go. Gehen wir in die Mine. Also in den Steinbruch. Also ihr wisst schon. In die... Ins schwebende Schloss. Wandelndes Schloss. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass da eine Kettensägenfrau steht an der Stelle jetzt. Aber gut. Das Spiel ist nochmal nett zu uns heute. So, dann snipen wir schon mal, wen wir von hier oben snipen dürfen. Viele sind es ja nicht, aber ein paar Kills können wir machen, die uns dann später nicht stören. Hast du gerade den Scharfschützen-Schuss überlebt? Ach, dammit. Meine Güte. Kann das sein, dass die ultra zäh sind? Oh Gott. So. Geht doch. Ja, Leon. Danke. Wirklich. Oder? 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 Könnte natürlich jetzt auch in dem Mod sein, dass die sich durchaus verwandeln, ne? Oh je, oh je. Ich guck mal. In dem Gebiet habe ich eine ziemlich gute Cheese-Strategie, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen cheesy, aber es funktioniert. Und ich werde die Strategie jetzt auch genauso hier in diesem Mod benutzen, weil sie einfach effektiv ist. Wir haben genug Munition, dass wir uns da ein bisschen verbunkern können. Also, let's go. Party kann von mir aus losgehen. Hier reingehen ist nämlich eine gute Idee, weil die Tür ist verbarrikadiert. Oh Gott, die ist in dem Mod nicht verbarrikadiert. Die haben mitgedacht. Ja, ja, genau. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. What? Habt ihr das gerade gesehen? Das habe ich gerade sehr aus dem Konzept gebracht. Holy shit. Plagger. Stufe 3 Plagger. Hier im Canyon. Und eine Hammerfrau. Die dürfte gar nicht existieren. Oh Gott. Wow. Okay. Wow. Das sage ich da nur. Vielleicht hätte ich mir Heilspray kaufen sollen, ne? War da gerade irgendwie so eine Art Scharfschütze? Ist da jemand mit einem Raketenwerfer? Was? Shit. Jetzt sind wir so gut getot, ey. Danke, Spiel. Drop, drop doch einfach vielleicht keine Heilung, oder? Wie wäre es denn damit? Ah, wir haben ein erster Hilfesspray. Okay. Puh, das war knapp. Come on, Spiel. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Das ist doch echt nicht dein Ernst hier alles. Holy shit. Also, das war mal eine unfassbar gemein platzierte Bärenfalle. Ich könnte echt Heilung brauchen, ey. Okay, Gott sei Dank. Immerhin, ein bisschen. Mach doch jetzt das Ding da auf. Kleiner Schlüssel, okay. Habe ich gerade eine Kettensäge gehört? Dass die hier einfach Raketenwerfer-Scharfschützen stehen haben, oder? Was zur Hölle. Ist der mir gerade auf den Kopf gest... Hält der sich für Super Mario, oder was? Okay, puh. Ich glaube, ein 2er reicht zur Zeit, ja. Ich muss den echt loswerden. Ist gerade echt ungünstig, aber... Wir müssen unbedingt die Raketenwerfer-Sniper irgendwie loswerden. Verdammt, ey. Oh shit, der verwandelt sich. Letzte Sekunde, aber der nächste auch gleich. Und wir auch? Nee, die nicht. Alle verwandeln sich einfach, oder? Unfassbar. Okay, abgesehen von Raketenwerfer-Snipern und Krabbel-Spinnen hier bis jetzt, keine allzu große Überraschung. Schön gestorben. Schön gestorben. Blendgranate, sehr gut. Okay. 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 Ich will es nicht verschreien, aber ich habe das Gefühl, schön langsam wird es ein bisschen stiller hier. Oh shit, der steht wieder auf. Hier sind mindestens noch 2 und ich glaube sogar 3 Raketenwerfer-Sniper irgendwo positioniert. Okay. Sonst wird es jetzt gerade ein bisschen ruhiger, ne? Okay. Können wir mal gucken, dass wir den da oben erwischen. Oh Gott, der zielt da auch durch die... Durchs Gehölz. Kann ich den von hier treffen? Wenn er jetzt schießt, wahrscheinlich tötet er sich selbst, aber ich will es nicht riskieren. Habe ich ihn? War es das schon? So, und da drüben war auch mindestens einer irgendwo, glaube ich. Na ja. Musik läuft noch, ne? Ich nehme jetzt mal das da raus. Kann sein, dass dann die nächste Welle kommt. Jetzt laufen wir nochmal den Berg hoch. Oh, das war an einer Stelle jetzt gerade sehr brenzlig. Ich habe es beinahe verbockt. Huiuiui. Die Musik hört auf. Ich glaube, wir haben es. Dass die, die... Ne. Irgendwer schreit. Dass die, die eine Tür da nicht verriegelt haben. Das ist richtig mies. Wer auch immer den Mod gemacht hat, kennt die Cheesy-Taktik hier ganz genau. Hä? Hä? Ich verstehe nicht, von wo da einer noch snipet. Okay. Ich hab dich. So. Na, das war doch mal was. Das war doch mal was. Dann gehe ich jetzt mal nochmal looten. Aha, da ist jemand. Auf die Gefahren, dass die Brücke einstürzt, wenn ich drüber laufe, hole ich mir jetzt trotzdem mal den Loot noch. Ne, nix verkommen lasse. Wir nehmen natürlich alles mit. Guck, aber jetzt ist wirklich nochmal eine neue Welle gespawnt, offensichtlich. Wow, was für ein Dynamit-Sniper wirft denn hier? Ein sehr professioneller Dynamitier. So nennt man das. Wo ist denn Dynamit-Sniper-Captain Deluxe? Da oben sind die da oben. Ah, du bist nicht da oben. Hey, mir gehen hier schon langsam die Messer aus, okay? Und ich weiß immer noch nicht, wo der Dynamit-Sniper ist. Ich höre mindestens eine männliche und eine weibliche Stimme noch. Ich glaube ehrlich gesagt, ich gehe jetzt einfach. Wenn die was wollen, kommen die schon. Ich gucke jetzt erstmal, ob mich da draußen noch was erwartet. Ich kletter mal da drüben wieder hoch. Nochmal. Auf der Plattform ist man ein bisschen sicher. Ach, guck mal. Come on. Willst du mich verarschen? Okay, gut. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft, dass die explodiert und sich selber in die Luft sprengt. Hat sie das gemacht? So, ich habe ungefähr noch... Ach, aber warte mal. Ich glaube, das sind nur meine Wegwerfmesser, ne? Ja, die da unten ist wirklich gestorben. Okay, ich glaube, dann sind wir hier fertig. Das war wild. Ich höre schon wieder. Ich höre immer noch Stimmen. Bin ich jetzt schon komplett paranoid oder höre ich hier noch was? Wir gehen jetzt, Leon. Wer auch immer da noch ist, der droppt keinen Loot, der es wert ist. Der droppt keinen Loot, der es wert ist. So, das war wild. Das war wild. Genau, wir haben immerhin... Ah ja, die beiden wollte ich verkaufen, ne? Das habe ich ganz vergessen. Weg damit. Die bringen ordentlich Kohle, die wir jetzt am Anfang gut brauchen können. Ich tendiere sogar dazu, ein Erste-Hilfe-Spray zu kaufen. Das hätte ich nicht gedacht. Der Mod ist anders. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Bist du beeindruckt? Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ich habe nur die feinste Waffe im Angebot, Fremder. Vielleicht kaufe ich wirklich ein Erste-Hilfe-Spray noch. Einfach einkaufen. Stirb mir da draußen nicht weg. Aber jetzt speichern wir erst mal. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Moment. Warum wird mir denn bei Tunen immer noch so ein Neu-Symbol angezeigt? Ach, weil ich einfach mal alles... Okay. Vielleicht... Ich hätte die Hoffnung gehabt, ich habe was übersehen oder so. Na schön, Leute. Dann machen wir für heute Schluss. Die Schlucht haben wir geschafft. Jetzt geht es auf zum Bürgermeisterhaus. Und... Oh Gott, oh Gott. Ich... Ich... Ahne Schreckliches. Aber der Weg dahin und das Haus selbst wird mit Sicherheit spaßig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.